moin moin meine lieben leute und willkommen zurück zu einer neuen folge von dragon's dogma hat ein bisschen gedauert bis das bis der nächste teil jetzt gekommen ist liegt aber auch einfach daran dass ich keine zeit hatte ja muttertag und so gab viel aber wir sind dabei wir sind ja der schatten feste die wir wollen und wir haben ein oger ja schon erlegt in der letzten folge und jetzt noch eine zweite oger da die ganz tot ist wir machen wir jetzt noch versuchen wir jetzt noch platz zu machen und ja und da müssen wir versuchen dass wir einen weg ebnen für unsere truppen so wie immer ein wir schießen hier oben ganz gut hey wir müssen die augen treffen vor dem oder so einer von den typen wieder da kommen wir wohl durchlaufen er nämlich nicht so viel schaden hier man sieht und dann machen wir mal schnell platz hier den asi dann laufen wir durch ein bisschen rumlaufen hier da können wir ja lebendig machen sagen wir nicht drauf gehen leider ist er wirklich da soll ein auge wieder aber ich verstehe wir sind auch ein paar leute hier rumrennen müssen also irgendwie alle mal platt machen hier aber ich habe keine power mehr scheiße ich muss hier weg nein oh shit machen wir hier mal schnell ein bisschen heilung rein jetzt die heilung da ausdauer auf jeden fall ich komme gar nicht weg ok warte da habe ich wieder mal die ganze ausdauer verbraten was natürlich blöde war da haben wir sind auch dass er uns gar nicht schlatt macht andere liegt auch noch ne verdammt so so hat mich wieder geheilt die sau aber wie gut die sau sei schon oh so oh eieieiei da hat aber boah da schwingt auch immer die leute da um die ecken oder kann ich nichts machen das hat er alle erwischt und mein kollegen da gleich aber erstmal sind wir da ist wieder nach hinten gelaufen komm schon ja getroffen oh jetzt muss er gleich platt sein so da konnten wir eigentlich nicht verlieren das war ein fetter kater kampf du spacko so aber da oben schießen sie ja noch was aber wir müssen jetzt ja auch nach da oben kommen wir haben ja fast alle abgekmetzelt wir haben ja noch was fallen gelassen ja ja doch hier liegt was so dass wir hier ein paar aufs kill so wahrscheinlich einer tot von uns ne ah man beziehungsweise liegt er leblos rum weil er irgendwie nicht zu die reihe kriegt man 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 wenn andere seien haben die rechtlich scheiße hier da ähm die konnten wir nicht rein ne 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 macht vielleicht kann man ja von einer seite rein hüpfen ja ich will da hoch und hier haben wir das ganze in die abschließt von oben ok jetzt können wir die türen jetzt aufmachen glaube ich ja ja machen wir mal dies verregelt vielleicht ging es euch den bolzen zu entfernen so vielleicht gut wunderlich ja jahre ich komme raus ich komme aus erholen ich bin da oben ach du scheiße muss ich selber erst mal ein bisschen energie tanken glaube ich weil sonst stehen wir gleich mal hoch sind müssen sie da oben retten kurz ihr müsst da unten bleiben ihr spart runter hier ihr spacken es gibt es doch gar nicht oder und hier durch die türen hier drin wäre sicher dass wir noch was finden dass ein loch jetzt nicht durch diese kiste die noch mal weg und die kiste auch machen stehlen das großschwert und damit gibt es doch nicht so hier ist ein loch natürlich auch unter hüpfen untersuchen aber es kann ein kleiner mensch passt auch noch rein ok dann können wir da nicht längst all das ist denn los hier mit denen was haben wir denn für weichflöten mitgenommen oder wie man liegen alle hier tot leute mit hier rein jetzt kommt das ist ja wirklich mischen nervig alle drei hier ein kommen man 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 kommen jetzt hierher kommen die irgendwie rufen ich bin ja so schlecht dafür da Kiste, ist hier drin? Waffenrock, ok. Gucken wir uns alles später an die Sachen. Na ja, keine Geldbeutel. Nichts. Das. Zielkristall, ah ok. Also können wir den hier nutzen, dann können wir hier hin eiern. Aber jetzt, hier gab es nichts weiteres. Schattenfeste Hebel, ok, jetzt haben wir den. Jetzt können wir das oben aufmachen. Jetzt haben wir die oberen alle schon gekillt. Wahrscheinlich hätte man das auch viel schneller schaffen können. Aber egal. So, wir rennen jetzt hier raus. Und rennen denn gleich so, wo den Hebel heransetzen sollen nach oben. Ich hoffe, ich checken die Leute das hier. So, komm. Lauf! So, nochmal gehen, ne? So, Maus Turm auf. War das nicht hier oben, hier oben, weil, ach, bin ich wieder außer atmen. Hier? Gibt's doch gar nicht. Leute. Ich bin mir so schnell außer atmen, ey. So. 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 Da sind unsere Kollegen. Wir gehen runter, wir helfen den Leuten. Warum kommen auch immer wieder so viele Kurbilder? Weiß es nicht. So. Oh nein. So. Oh. Das ist wieder einer von uns, der, oh, der wieder platte ist hier, ne? So. 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 Braucht ihr nicht. Wir machen's anders. Noch mehr. Ok. Wie kommen wir nicht durch? Da kommen die Goblins durch. Hier war doch noch ein Loch, ne? Wann es das nochmal? Warte mal, wir versuchen mal die Tür zu öffnen, ne? Wann ich irre? Das ist so blöde. auch dir wieder hilfe was hast du dann eben verschlossen also müssen wahrscheinlich das loch hier irgendwie reinzukommen ja heilen uns mal hier alle die kombi hüpfen wir jetzt auch noch die tür warte mal wo wir da runter zu der tür daher das machen wir uns hier schnell sich hier durch das hier irgendwas war ein großer bei dreieinhalb tausend gold das kann noch gebrauchen aber nur von innen hier kommen wir nicht durch das loch dadurch wo wir uns mal ja ich komme so auch rein in die schatten feste ihr seid eine äußerung der unheimlichen ort ja merke ich aber trotzdem die grenzkavernen ok jetzt weiß ich nicht ob wir da jetzt irgendwie schon jetzt zufällig gespeichert oder speichern wir selber einmal gespeichern aber selber da ist nicht sicher ob gespeichert wurde oder nicht machen es einfach mal der speichervorgang ist beendet da kommen wir ihn rein ist dann auch so kriegen kriegen wo war das ein bisschen viele ich habe keine power mehr ich habe nicht darauf geachtet ich bin natürlich einfach losgelaufen ausdauer ausdauer hier was man nutzen kann um die musik ausdauer ein bisschen herz zu bekommen das war jetzt nicht nutzen beträchtliches maß an ausdauern aufgestiegen perfekt im richtigen moment wirklich im richtigen moment sammeln alles auf es ist uns allen ein ne können wir nicht wir müssen nämlich hier ordentlich irgendwie hier durchkommen so ist hier oh hier los wo tauchen die auf einmal auf ich versuche alles einzusammeln ok oder so es gibt wie immer weiter hier gibt es mir schon kohle würde ich sagen wie cool war das da bitte saukool alles mit dem was wir finden und hier sind wir gekommen gut hier haben wir hier längs ich glaube ich habe jemand getroffen hier das ist alles so easy war das ja gut wie kohle wir schon haben jetzt das ist doch echt gut man muss alles einsammeln wird überweist dass ich alles mal gebrauchen kann gut aber sicher ist sicher speichern wir lieber noch mal und gut da gehen wir runter da vorne scheint etwas zu sein hier sieht riesig aus und wir kommen ja anscheinend nicht rein kommt er auf uns zu nicht wenn ich da vorne scheint etwas sein ja wo davon es ist hochheben kann man scheint ja nicht hier die anderen leute hier okay also würde müssen wir gucken vielleicht noch einen anderen weg weil da kommen wir jetzt so ja nicht rein anscheinend aber wir haben die anderen weg finden hier durch forsten hier gibt es noch einen anderen weg dann sind auch durch feier es scheint hier im schalte gerade keinen weg zu geben ja mal zurück ich gehe mal kurz raus, mal ganz kurz da unten sind ja welche, aber die können ja nirgendswo kämpfen, weil es wird ja nicht gekämpft okay, ich komme ja nur da raus, bringt uns ja nicht so viel also ich würde sagen, wir müssen doch da wieder rein, weil irgendwie kommen wir hier gar nicht rein hier geschlossen von der anderen seite da konnten wir durch hier brauchen wir jemand kleines ok das ist doch merkwürdig wir gehen doch mal hier durch kommt mal mit, wir gehen doch mal hier runter hier ich muss irgendwie den Weg da geben kurz mal in die Ladescreen so also irgendwie muss da drin ja was sein, was wir übersehen haben da vorne ist etwas, hat er gesagt dass wir müssen da drin ja auf jeden Fall was finden können ich hoffe nur dass die Gegner nicht alle wieder da sind jetzt eigentlich nicht, ne ne wir müssen müssen durchsuchen nochmal hier wir müssen müssen durchsuchen nochmal hier und da runter glaube ich ist doch merkwürdig ist das übersehen? ja irgendwas muss ich übersehen haben da vorne scheint etwas zu sein, aber wo meint er denn da vorne? die Kiste aber kann ich wahrscheinlich nicht treffen, ne woher kommt glaube ich ja gut Aber es ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, dann können wir eine kleine Pause hier machen Und machen wir im nächsten Mal weiter Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen durchforcen, bis ich hier irgendwas finde, was man hier machen kann Und ja Dann bis zum nächsten Mal, vielen Dank für's Zuschauen, bis dann, tschüss Bis zum nächsten Mal